ja liebe leute wir sind wieder dabei mit pokémon schild und ich muss mal gerade ganz kurz ja ich möchte gerne aktors aufspielen das war nicht das was wir in der letzten folge gemacht versucht haben nur ich gucke gerade mal nach ob es noch möglichkeit dahin ist mich in ruhe gerade ja ich möchte es gerne haben so also also ok das ist jetzt nur einfach offiziell ok bett ist gigant über den geist hügel da soll es wohl offiziell sein da sagen soll es wohl öfters mal auftauchen ja das ist ja egal ich höre es die frage ist das soll wohl irgendwie hier landen ich sage dass ich jetzt immer mal wieder gerade ein bisschen geschwiegen habe weil ich tatsächlich mir auch bestimmte punkte mal das stellen wir raus so was muss hier irgendwo sein gut das brauchen wir gerade nicht also müssen wir wieder zurück ist das das ding hier mit dem geist soll wohl sein das soll hier wohl irgendwo auch mal wieder auftauchen das ist ja noch nicht das ist ja noch nicht das ist mir besiegt worden ist das ist mir besiegt worden das ist ja noch nicht aber tatsächlich ist das jetzt gerade eher uninteressant liebe leute was muss ja das muss ja für mir ist es ja hier gerade vom ruf her aufgetaucht Ist das der Tempel? Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob das hier begeistert ist. Eisen, ne? Das ist, äh, wie ist der Stil? Er hat es ja auch immer wieder. Wo zur Hölle steckt das kleine Arctos? Das soll ja immer wieder am Bett des Giganten sein, oder? Das dachte mir gerade, ne? Die ganze Zeit. Moment. Wo ist denn das jetzt? Der Lebensbaum? Warte mal, wo startet? Ich gucke es mir gerade tatsächlich an, wo er sich denn... Okay, ziemlich mücklich. Ich gucke es mir gerade, weil er fliegt quasi nicht im lebensbaum er fliegt hier runter so er fliegt in die schneeschlucht das ist das was ich jetzt immer ich hab's ja gerade gehört irgendwo weil der tempel könnte dass ich dass wir die eis sein oder bin ich jetzt gerade komplett auf dem falschen schirm heißen ist ja heisberg ja heisberg genau okay wir können die punkte nicht mehr aktivieren das heißt wir haben ja gut was offen wir sehr kathos ist wirklich ich finde ich irgendwann warte mal diesen pokoball es ist typisch nur 5 eisstrahl okay gut zu wissen dass man die hier spontan findet damit hat jetzt nicht wirklich gerechnet da liegt noch in dem fasten item sorry liebe leute dass ich jetzt gerade ein bisschen auf der suche gimme mein gott ein finster stein okay damit könnt ihr einige pokémon weitermdicken ich hab's doch irgendwie gehört das wurde zur hölle bist du bei dem ding war ich auch schon okay wieso muss eigentlich immer ein wildes pokémon mir gegen fliegen sorry liebe leute dass das momentan einfach so zäh jetzt gerade ist aber 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 kanit stein hier ist tatsächlich nichts drin wunsch pokémon wunsch pokémon oder welche 200 watt mitnehmen mhm ach das ärgert mich gerade dass ich hier nicht weiterkomme weil wenn mich das wenn dieser scheiß hagelsturm sagte komm ich könnte es besiegen Ist das da oben vielleicht? So, hier taucht es ja offiziell wohl immer auf, oder was? Wo zur Hölle bist du, Arctos? Weil ich höre es doch die ganze Zeit, ich sehe es nur nicht. Das ist nur ein Mann, mein Freund. Wir lassen du da jetzt auch mal nicht ver- da komm jetzt. So, ich sehe es aber das. So. Ich sehe es noch nicht, dass ich bin. So. 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 Wo die Hölle bist du, ey? Also es soll die Ebene sein, die sich hier oben drüber befindet, also es muss hier oben oben sitzen. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Also es muss hier oben oben sein, laut Guide, also sprich da hoch. Das würde es erklären, warum es die ganze Zeit da oben rumschreit, weil das soll offiziell da oben sitzen. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir das finden da oben. Warte mal. Kann ich das hier vielleicht? Ne. Da unten ist der Torbogen, also muss das hier irgendwo sitzen, oder nicht? Oh, die Weiterentwicklung von diesem komischen kleinen Drachen. So, die Frage ist, komm ich... Ne, da hoch ist es nicht. Ich höre jetzt vermutlich nicht, dass das in der Höhle da sitzt, oder? Ich höre jetzt vermutlich nicht, dass das in der Höhle da sitzt, oder? Und sprich, dass es in dieser Ecke da ist. Und wohl taucht es da irgendwo auf, immer mal wieder. laut dem Guide. Es nervt mich gerade ein bisschen. Es nervt mich gerade ein bisschen, da ich nicht mal weiß, wo es ist. Na gut, das fiege ich jetzt vom Typ. Eis, die Stein oder sowas. Komm jetzt her. Ich möchte... Zumindest möchte ich euch auch irgendwas gebacken bekommen. Natürlich nicht. Ich will trotzdem jetzt sterben. Ich will trotzdem jetzt sterben. Mal gucken, wo das ist, aber hast du mal fünfmal Werbung drin. Komm, Amagaga, geh doch mal jetzt bitte nicht auf den Nerv. Ja mal. Zumindest etwas Brauchbares gefunden. Was heißt Brauchbares? Wir haben etwas gefunden. Nein, möchte ich nicht. So. Dann nehme ich das Regi raus aus dem... Ich registriere, warum wir jetzt gerade nicht unbedingt. So. Muss man mal einen Beutel wieder öffnen, mal wieder mal Prank einsetzen. So. So, lieber jetzt. Und wo soll jetzt das... Wo soll jetzt mal ein kleines Arkt aus hier rumlaufen? Das muss ja hier offiziell irgendwo sein. Weil es taucht ja offiziell, wenn ich aus dem Regi-Ding rumlaufe, taucht das ja immer wieder auf. Also zumindest ein Ruf. Sprich, das muss ja irgendwo da sein, ne? Das geht mir um. Das ist das jetzt gerade nicht auf Anni finde. Das geht mir um. Das sagt, dass ich das jetzt gerade nicht auf Anni finde. So. Okay. So. 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 Feel free to sit and see. So. Das hört doch auch nicht wieder oben in dem Kronentempel auf, oder? Ich habe es auch gehört. Ich höre es doch immer mal wieder. Aber wo zur Hölle bist du? Ich höre es doch immer wieder. Ja gut, ich weiß, dass es wenn jemand in der Gegend herumflattert. Das ist klar. Aber. Aber. Zack, wieder aufgeht. Irgendwo muss es doch hier rumfliegen. Ich bin in der zweiten Folge dran. Ich kriege es nicht gebacken, das Viecher aufzuspüren. Ich habe es ja schon in der ersten Folge. Es ist ja direkt auf mich draufgegangen. Aber. Das ist das Problem. Es ist ja noch nicht draufgegangen. Und dann durch diesen Scheiß-Hagelsturm hier. Da ist es halt besiegt worden. Komm mal hin. Da ist es. Komm, vielleicht kriege ich es doch noch irgendwie auf die Reihe. Jetzt speichere ich das Viech aber auch mal aus. Also versuche es zumindest. Vielleicht kriege ich es ja jetzt hin. Ja, es wird jetzt tatsächlich auf mich draufgehen. Das ist mir klar. Das ist gut. Und das ist nicht schlecht. Auf jeden Fall, ja. Vielleicht kriegen wir es immer noch irgendwie die Folge noch hin. Das ist Arctus heute zu fangen, liebe Leute. Wir gehen jetzt auf Psychoklinge. Deswegen habe ich das Ganze dann gespeichert jetzt. Das heißt, ich kann also Arctus immer wieder reseten. Okay. So, mal gucken, ob ich es jetzt kriege. Arma Gaga, was hast du denn drauf? Okay, du bist in Fünferpunkt geflugt. Das weiß ich jetzt schon. Das ist klar. Die Frage ist, was spielen wir jetzt? Versuch uns. Ich will es irgendwie versuchen zu fangen. Natürlich. Aber wie gesagt. Wir haben es ja jetzt. A aufgespült und B resettet. Also gespeichert, dass es reseten kann. Warum ist es richtig? Ich habe nur noch keine Donnerwelle oder sonst irgendwas. Das ist irgendwie mal. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir Glück, dass wir es gar nicht brauchen. Aber Arctus ist zumindest wertig gerade so ein bisschen. Ich spiele da spiele ich immer noch eine Runde weiter. Ja, Arctus ist tatsächlich auch so ein bisschen mein Lieblings-Vogel-Pokémon. Also von den drei Legionären. Ich finde es einfach wunderschön und es ist einfach auch cool. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir mal ein bisschen Glück haben. Das habe ich jetzt irgendwie gefangen bekommen. Ich muss diesen... Das ist das scheiß Tagesschub. Ich gehe mir so auf den Sack, weil ich ihn nicht eigentlich gerne abschalten würde. Aber wir müssen mal gucken. Eins. Zwei. Drei. Yes! Yes! Und doch noch in der zweiten Folge, liebe Leute. Wir haben es gepackt. Wir haben Arctus. Wir haben sie alle drei. So, Arctus, oder... Es ist tatsächlich schon Typ Psycho Flug. So, dann haben wir das Gott sei Dank auch. Arctus brauchen wir keinen Spitznamen. Ich möchte es aber gerne mit dem Team mitnehmen. Und es ist... Zwei Frauen nehmen wir dafür raus. Ja, da muss es wohl der Amagaga wieder werden. So, dann haben wir den letzten der Legionären Vögel auch gefangen. Du vermerkst du statt der Dinge in der Legenden-Notiz Nummer 3. So, Arctus fing ich auf den Kronenschneelanden. Das ist gut. Dann gehen wir jetzt zu Pioni. Das wollen wir dann in der nächsten Folge weitermachen. Auf jeden Fall jetzt erstmal keinen Break. Wir gehen mit kurzem zu Pioni. Der möchte uns bestimmt auch noch ein bisschen was erzählen. Äh, ja. Ah, Explosionsweiter. Na, wir gehen die Erkundung voran. Äh, ich habe Arctus gefangen. Was sagst du da? Du hast auch Arctus gefangen? Oh, cool. Super nice. Ich will euch das Bericht hören. Los, los. Was soll das das legendäre Pokémon Arctus sein, das Eis manipulieren kann? Eine gewisse Ähnlichkeit ist die für die Fahnen. Aber was soll diese seltsame Maske? Und von Kält ist auch nicht viel zu spüren. Oh, aber dieser eiskalte Blick. Der gefüttert mir alles gut in den Nadern. Ja, dann kommt es da genug an Arctus ran. Die Explosion kannst du uns Erfolg verwuchen. Gibt es auch sonst irgendwelche Legenden, von denen du mir berichten willst? Gibt es auch sonst irgendwelche Legenden, von denen du mir berichten willst?